Das Leben ist großartig. Glaubst du nicht? Dann bist du hier richtig. Manchmal kann einem der Blick für das Schöne verloren gehen. Das, wofür es sich zu leben lohnt. Man ist traurig und muss sich über einige Dinge klar werden. Vielleicht, weil persönliche Umstände unausstehlich geworden sind. Man vor einem Scherbenhaufen steht, sich nicht mehr wohl in der eigenen Haut fühlt oder Trübsal an die Stelle von Hoffnung getreten ist. Kein Grund aufzugeben. Jetzt heißt es reflektieren. Wir hören dir zu. Wie geht es dir? Was liegt dir auf dem Herzen? Wir sind für dich da und checken deine Lage, fühlen mit dir, bitten Gott um Weisheit und finden gemeinsam eine Lösung. Unser Ziel ist es, dein Leben heller zu machen und dich dazu ein Stück zu begleiten. Möchtest du? Das Leben ist bunt. Und auch wir sind mit über 750 Profis und Ehrenamtlichen ein ziemlich buntes Team. So bunt, um den vielfältigen Herausforderungen des Lebens beherzt begegnen zu können. Ob bei Fragen zu Beziehungen, Behindertenhilfe, Erziehung, Schwangerschaft, Pflege, Finanzen, Laube, Migration. In über 20 Städten und Gemeinden der Region Westsachsen sind wir dir nah. Diakonie. Mit dir.